Man verbringt tolle Zeit miteinander. Können wir uns sparen sie vor allem. Man bekommt tolle Kinder. Man streitet sich. Man versöhnt sich. Und dann... ...dann verabschiedet sich dieser Drecksack. Das ist meine Leiche! Trufatius, worauf steht der Bestatter? Man hat zwieges Beileid. Ist Ihnen auch jemand gestorben? Oder warum stehen die so krumm? Was hat denn Papa ausgemacht? Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Der Stefan hat in den letzten zwei Jahren so gut wie nichts verdient. Naja, wenn er nicht zur Arbeit ist, wo ist er dann hin? Und dann habe ich hier einen 8 Jahre alten Mietvertrag gefunden. Klingt nach Garage. Was hast du mir eigentlich alles nicht erzählt? Ich muss eine Familie versorgen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich möchte auch einfach nur eine Chance, um mich zu beweisen. Ich bin nicht so schwach, wie Sie denken. Aber Sie können doch nicht sagen, dass dieses Gedicht zu jeder Beerdigung passt. Und doch, das tut es. Nein, das tut es nicht. Doch. Nein. Du rennst jetzt euphobisch in diese Sache rein und dann bäm, liegst du nach einer Woche hollend unter Bett. Es wird alles gut. Ich höre wirklich lieber alles falsch. Also wenn du mich wirklich fragst, ob es einen richtigen Weg gibt zu trauern. Ne. Au! 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 Ich habe noch ein paar Passagen wieder haben! Ich habe noch gehört. Und ich habe noch gehört. Ich glaube, dass jedes Leben und jeder Tod eine Geschichte haben, die sich lohnt, erzählt zu werden. Yeah! Everybody's got to live. Frau Fazios. Herr Elster. Danke. Viel Glück auf Ihrem Weg. Vielen Dank.